Ein kurzer Überblick, wie Sie das kostenlose Werkzeug von Google, Google Trends, für Ihren Betrieb nutzen könnten. Sie rufen über den Webbrowser die Seite Google Trends auf. Wir haben das mit einem Link hinterlegt, google.at slash trends und können hier bestimmte Begrifflichkeiten in das Suchfeld eingeben und dem System sagen, welchen Suchbegriff Sie nachverfolgen möchten und wie oft der in welchen Ländern gesucht worden ist. In unserem Beispiel Zillertal kann ich jetzt sagen, ich möchte selektiert haben, auf welche Länder, auf welchen Zeitraum, in welchen Kategorien und ob es nur die Websuche ist, Bildersuche und so weiter. Man sieht das Interesse an dem Suchbegriff im Zeitverlauf anhand des Diagramms, sieht das Interesse nach Region. Dann verwandte Themen, wie oft wird nach was gesucht, können auch verschiedene Themen vergleichen.